ich mache einfach aber da war es ja doch doch da war es ja schon so jetzt muss ich nur warten bis ich mein eigenes Video gerade sehen kann das dauert manchmal seine Zeit ist er hier mal aktualisiert und check dass ich das Ding an habe kann auch sein weil es dann als Playstation ist und über die Playstation Stream ist das so kacke das wie vor ich mit der PC da ist irgendwann alle muss doch Marsch jetzt mach doch mal hallo fünf Stunden später ach guck mal jetzt jetzt hat das gecheckt danke Twitch oder danke playstisch und wer auch immer so mal kurz gucken hier ganz schnell ok gut können wir ich muss den Controller wechseln eine Runde und das war eine Runde mit randoms und einem Sieg ja das ist aber immer so ne wenn man alleine spielt und nicht mit wenn man wirklich alleine spielt und voll auf die random scheiß ne und einfach sein eigenes Ding macht dann läuft es meistens besser ja wir waren erst alle gekümpft also wir haben uns irgendwann wieder weil weil man dann halt nur auf sich aufpassen muss weißt du das ist halt so die Sache man spielt wenn man alleine spielt spielt man viel anders als wenn man zusammen äh als wenn man mit seinen Leuten schockt dann lauter spieler mir hier wohl ein bisschen auch wohl so introducing your champion haven't we landed yet what's the hold-up job buffer ich weiß wie ein guter Platz zu landen ich habe ja so Michelle wir machen die kaputt wir machen jetzt alle kaputt ach du bist der Speedtoon ich bin der Speedtoon ich habe nicht ganz da hin ich habe nicht ganz da hin ich habe nicht ganz da hin der ist man schon nicht aufsammelt ist das noch eine weiße Weste? ja ich komme gerade hier vielleicht finde ich etwas besseres ja ich komme mit hier sind zwei blaue Westen für jeden eine oh nice ja hol ich gleich jetzt habe ich das Weitere Magazin wegrufen wollte ich ja nicht oh ja können wir machen wir müssten auch gar nicht ziemlich alleine sein weil die sind ja alle schon vor allem das schön ist jetzt ohne Sackpots die sind alle am Anfang rausgesprungen und müssen trotzdem gehen Hallo Roboter hast du einen bei dir? ja äh äh brauchst du einen Peacemaker? ja hier ja hier ja hier haben wir jetzt noch ein blauer Helm hat nämlich ein lilan gefunden ja hier da brauche ich mal eine da 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 der da 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 auch da 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 aber wenn du mal eine flatline oder irgendwas siehst, ich hab irgendwie... ich hab nur mit in der crew habe ich eine flatline weggeworfen ah, ich hab gerade hier und selbst eine so... vielleicht schon wasser, aber... ah, da habe ich eben blauen angegabelt ich bräuchte... ähm... was hast du denn überhaupt dabei? ich hab jetzt die vielen Stifte und ich hab die RE45 ok, ich kann dir mein zweiter vergeben wenn du willst die devotion da brauche ich erstmal einen Turbolader, sonst stehe ich wieder vom Gegner ja, den suche ich auch gerade mein Turbolader ist natürlich geil ja, weil das letzte Mal stand ich auch vor dem Gegner da ohne Scheiß, ey, das hättest du sehen müssen das hätt ich aufnehmen müssen ich war so dummer, als er es nicht getan hat ich stehe vor dem, sehr schief ja, ja, das Ding gebraut erst mal eine halbe Stunde ja, hat der mich wirklich platt gehabt, ey das Ding braucht eine halbe Stunde bis zur Fahrt kommt das Ding braucht eine halbe Stunde bis zur Fahrt kommt ähm... mach mal, Andi ist hier die Fußspuren, sehr schön ich höre welche du siehst du... ich höre welche daneben das energie direkt neben dir du hast doch kein schild ich habe ich leben brauche ich ja hier sind noch lebendig naja ich freue mich gerade mit dem großen ist es ganz ehrlich ich bin richtig aus und zu einer punkten spieler geworden muss ich jetzt mal ganz ehrlich bestehen ich lege mich bis heute noch über so leute auf aber ich selber habe dann ist mir egal einmal richtig getroffen der ist tot irgendwie nie so weißt du warum mein fehler war zum beispiel immer ich war zu wenig jetzt mittlerweile versucht ganz ruhig zu sein und dann klopft es blaue Westen kennst du sonst keine Westen und jetzt sieht man so viele blaue Westen ja weißt du was mich immer schockiert dass da ein Schiff ist schockiert mich in der Hinsicht weil ja die Sucht ist da das da rein zu gehen obwohl ich weiß das ist tot ich gehe rein aber ist leer ne ja ja hier oben ist aber ich nehme mal das Bauchkerne aber ist nicht aber das Problem ist hier oben ist man immer so ein Opfer halt die leute sehen dich von Weitem immer wir sehen die nicht lass mal da hin lass mal bitte weg lass mal bitte weg jetzt sind wir wieder hier aber wo alles begangen wo alles begangen wo alles begangen aber ich sehe keinen das ist doch mal ein geiles versteck ich versteck mich jetzt hier dazwischen ey das ist wirklich krass bleib ich hier sitzen kommen wir da ohne problem wieder raus oh scheiß bleib jetzt hier was ist das was ist das wir gucken bis die nächste Zone zu wird da denkst du jetzt bestimmt auch was machen die dann da wir finden das Plakat so schön oh guck mal hier Plakat oh guck mal der hat acht Siege gemacht der Typ acht Siege oh guck mal wieviel verursachten Schaden in Season 1 hat der Jut gemacht ne ja hat der Jut gemacht ne ja sehr schön das ist der Schlechtse ja lass uns lang einfach mal chillen echt einfach mal chillen einfach mal chillen einfach mal chillen ey guck mal da ist was neues Siege 14 ja ja schon weg ach schade ach da komm mal da komm mal nix 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 ja das ist richtig ja das ist schön der bewerft uns mit äh Müll trinken war schön ah was will ich sagen soll man jetzt nicht so zickig sein war echt der voll die zickere Typ frag ich mich wer ist hier die Frau genau geh erkunden geh erkunden wie hoch du kommst war schön ich hab ja so viel angepisst aber lass ihn angepisst sein aber lass ihn angepisst sein ach thanks care package touch him down they usually carry rare platforms ob schon Leute an uns wobei gelocken können wir uns nicht gesehen haben oh kann sein aber ey ich bin stürzt aber der ist so laut der macht ziemlich krass mit seinem scheiß Bekater ich drehe noch schnell Zigarette ich mach das die 200 Punkte jetzt das ist kein Miss Zeit nicht aber ich kann jetzt nicht mehr den auf hier wird jemand her ne ah lass ihn ein ein Gegner mehr zum Teil du musst auch ganz schön drauf haben oder da werden die jetzt alle reinlernen das ist auch einfach das streck spielen wir sind immer so auf agro immer so auf pushen warum nicht mal so egal lass jetzt mal uns alle vorbei rennen ich würde sagen wir laufen wir laufen da ganz genügend in die grube genau richtig und dann suchen uns bei der grube den nächsten schönen platz gibt es schon auch einige schöne ecken die wir noch gar nicht kennen ja wir sollten die grube vielleicht mal ein bisschen mehr erkämpchen genau richtig meine rede einfach mal einfach mal erkämpchen gucken was die letzten fünf teams machen als vier sorry die letzten vier also für irgendjemanden sah es knapp aus die haben es wiederbelebt können sich jetzt in Ruhe wieder ordnen ist doch auch ganz schön für die so wer wurde ich beschossen richtig aber jetzt ein bisschen krieg da wird noch einer wiederbelebt welche kommen aber nicht schießen schießen lassen die grube sind dann geh doch ich mach jetzt ok gleich brandon muss lernen gebund und was ist hier so auf dem plakate ja 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 passiert aber nichts war jetzt auch uns passiert nichts ich bin aber raus kommen wir helfen ja hab einen wir liegen hier zu zweit ist ein paar untieren machen wir sehen nicht mal einfach mal ruhig einfach mal ruhe bewahren aber echt einfach mal ruhe bewahren abends wir müssen auf meinem filmen richtig ab und zu mal ruhe bewahren einfach mal cool bleiben einfach mal cool bleiben da ist ein spitfire drin ja brauche ich nicht äh erstmal in die zone langsam warte ganz kurz spitfire das ist ja auch ausnutzen ein bisschen hier was ist das stimmt das stimmt das stimmt ja ich denke ich bin auf dem und ich bin auf dem ich bin auf dem ich bin auf dem du hast schon diesen schönen stein gesehen nur noch zwei sports lassen wir jetzt mal wieder rein und die bekriegen sich voll der kämpfer was soll die scheiße nur kämpfer was im team direkt vor mir jetzt hier wo es dahin der ist runtergesprungen hier sehe die spuren aber ich sehe nicht woher oben ja die nebeln sich ein warte mal ich kann ja machen da kann ich mein Schild retten ich muss mal Granaten her oh schön Schild getroffen 80 erhält brennen da oben so ist die oh schön äh ich wurde angefangen ja so da ist Deckung nein ich werde wiederbelebt okay ich habe auch eine Grabe aufgehoben ich bin mal gleich zurück wenn ihr ihn seht oh hier vorne ist einer oh ich hab den Kissen ah ich bin wieder down der ist von mir oben einer blick ich will mich finischen er liegt sorry ich hab gerade auch einen ich hab gerade auch einen ich hab's gemacht deswegen ich komm ist der down er ist tot okay hier ist noch einer ist nur noch ein Gegner der Kollege soll ich machen ja ich hole mich kurz egal sein Kollege ich bin schön das ist okay Sniper weiter ich sehe ihn ich werde jetzt zurückschnitten ja gut jetzt schafft es schon wasser 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 so ich bin einfach schon mal flat bei mir oh der macht mich fertig oh das hat mir gut damage gemacht ey der Fenner hab ihn erste Runde er hat direkt gesiegt also so sonst doch eigentlich laufen oh nice gg aber die Sniper ich hab dir sehr gut schaden der eine hat mich komplett flat gemacht er hat die Weste runter dann nochmal getroffen ja Muster treffen und den da oben direkt die Lieder in die Weste gegangen die ist einfach mal einfach manchmal chillen einfach mal ruhig Ruhe bewahren cool bleiben dann läuft das auch einfach mal campen